Der Nicky Six dieser Satansblaten, der Wahnsinn. Servus Backstage, der Metal-Moser hier in permanenter DJ-Rente. Ich habe mich dieses Jahr ein bisschen erholt, aber das Gute ist, während ich permanent in Rente bin, seid ihr nur temporär in Rente und das ist das Wichtigste. Ihr werdet zurückkommen, wir werden es erleben, es wird alles gut werden und natürlich ist es schade, wenn man so einen 30-jährigen Geburtstag jetzt nicht wirklich feiern kann. Aber ganz ehrlich, ich weiß nur, als wäre es vor 20 Jahren gewesen, als ich 30 geworden bin. Deswegen, das überlebt man, man kann nach vorne schauen und irgendwann, und dann wird es interessant, wenn ihr den 50. feiert und ich noch dabei bin. In diesem Sinne, alles Gute, Happy Birthday, wir feiern zu gegebener Zeit am gegebenen Ort, nämlich bei euch. Bis dann!